Die Firmen-ABC-Redaktion empfiehlt folgendes Unternehmen. Pflegebedürftige in ihrer vertrauten Umgebung zu betreuen, ist eine große Herausforderung. Pflegen daheim übernimmt diese wichtige Aufgabe, kümmert sich um alles Erforderliche und entlastet so die Angehörigen. Mit rund 20 Jahren Erfahrung im mobilen Hospiz stehen bei Evelyn Fiedler stets die persönlichen Wünsche und Bedürfnisse des zu Pflegenden im Mittelpunkt. Sie weiß, dass alle Betreuungen individuell ausgerichtet werden müssen und erstellt mit viel Feingefühl ein an die jeweiligen Voraussetzungen angepasstes ganzheitliches Pflegemodell. Zu ihren Aufgaben gehören unter anderem die Vermittlung von Pflegekräften, die Unterstützung bei bürokratischen Belangen und die Planung des Alltags. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Lebens-, Sterbe- und Trauerbegleitung und die Palliative Care, wobei man mit namhaften Organisationen zusammenarbeitet. Pflegen daheim im Land Salzburg. Rund um die Urpflege wunderbar menschlich und beruhigend professionell.